Liebe Walliserinnen und liebe Walliser, ich bin Stefan Grögler, der Regisseur und Bühnenbildner des Jubiläumprojektes 13 Sternenbilder aus dem Wallis, das wir damals mit der Singschule Obervalis und der Scola in Sion mit Hans-Ruedi Kämpfen gemeinsam erarbeitet haben. Heute Abend aber nur ein kleiner Ausschnitt aus meiner zweiten Zusammenarbeit mit Hans-Ruedi aus dem Jahre 218 und das war damals für die Prieger Musiknächte mit der Stadtmusik Saltina und es handelt sich um einen kurzen Ausschnitt aus dem Film Likorist Kyrie, gesungen von Veronique Marti unter der Leitung von Hans-Ruedi Kämpfen natürlich und mit der Stadtmusik Saltina. Es war mir wirklich beide Male eine äußerst große Freude mit diesen begabten Laien, aber auch den ganz jungen professionellen jungen Sängern und Darstellern zu arbeiten. Auch die ganz tollen Kinder, die jedes Mal bei diesen Projekten voll mit dabei waren. Ihre wirklich leidenschaftliche Mitarbeit, ihr Engagement und ihre Freude an ihrer Arbeit wird mich sicher noch lange begleiten. Nun hier meine wirklich aller allerbesten Wünsche euch allen mit der Hoffnung, dass die Singschule Obervalis und Hans-Ruedi Kämpfen bald wieder ihre nächsten Konzerte live mit ihrem Publikum teilen können. Meine besten Weihnachtswünsche, ein glückliches neues Jahr in das wunderbare Wallis. Ganz herzliche Grüße aus Südfrankreich und hoffentlich bis sehr sehr bald auf diesem wunderbaren Stückchen Erde, dem Wallis. Alles Gute und bis bald. Tschüss! Aus Südfrankreich und Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020